Und da ist der Start frei für die Klasse 2. So schien ich hier noch meine Brille aufsetzen soll. Alle Schwitzer auf jeden Fall die 200 und 2, dann die 250 und die 233. Und jetzt muss ich ganz tief im Bedächtnis durch. Wir haben schon wieder ein Fahrzeug, was dringend ist. Und jetzt muss ich ganz tief im Bedächtnis durch die 255. Das ist ein bisschen ganz tief im Bedächtnis durch die 255. Und jetzt muss ich ganz tief im Bedächtnis durch die 255. Und jetzt muss ich ganz tief in die 255. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ohne Liste bin ich aufgeschmissen, aber Timo steht hier. Ich hoffe, dass er meine Starterliste mitgebracht hat.